ich hätte schon viel früher hier auch fliegen sollen scheiße es wird dunkel ja ich mache einen moment ich bringe dir auch ein paar schleimblöcke mit willig damit damit kann schon aus löchern rausspringen hallo schleimblöcke einfach mal die ganze zeit bei mir toten still ist und auf einschlag diese minecraft musik einsetzt ja das kenne ich dich also ich hasse das also ich wusste ja dass schleim was komisches ist aber nicht dass schleim so komische geräusche macht ist doch geil jetzt mehr ich finde es hat sich ein bisschen komisch an so ein bisschen erinnert es mich an hämmern auch leichtes hämmern auf holz was du hast du noch nichts mich erinnert das an ganz andere dinge ich habe auch wieder musik ja leute diese schleiminsel kriegen wir durch unsere mod tinkers construct richtig oder und ich sage es mal so dieser schleim ist wirklich was sehr gutes vor allem im survival da kann man nämlich diese dinge als spring als springhilfe benutzen gibt es eigentlich setzlinge von schleimbäumen keine ahnung das wäre richtig geil dann bräuchte ich nämlich nicht mehr so lange rumwandern würde ich bei uns zwei bauen und für jeden von diesen bäubchen kriege ich ja schleim ja da ist ein setzling von der insel gefallen gott nein du hast ein keller bau dir noch das groß genug ist wie die setzlinge ich habe einen schön ich habe zwei schöner also dieser grubemherzupf macht echt voll spaß ich bring dir gleich schleim blöcke da kannst besser rumhüpfen nein danke klasse bitte gott der hölle ist hier eine spinne Ich hab schon einen Titel für die Folge Was denn? Ein sinnloser Tod Also eigentlich hab ich gehofft dass ich das Wasser treffe Aber ich muss sagen ich bin zwei Blöcke neben dem Wasser aufgekommen Das war scheiße Sei froh, dass wir die Gravestone-Mod haben Ja schon Ich hör mich heute irgendwie wieder komisch an mit meiner Stimme Keine Ahnung Ja schon, ich find's auch, dass du dich heute irgendwie komisch anhörst Dass ich mit 22 noch mal in den neuen Stimmbruch komm Ach das geht Ich erinnere dich mal an Ich erinnere dich mal an Torgürtel Da hat 26 Jahre gebraucht bis er endlich eingekam Scheiße Ein Kumpel von mir Der hat die ganze Zeit so eine übelste fiepsige Stimme gehabt Und dann hat er seinen Stimmbruch bekommen Das war so eine richtig üble rauer Stimme Ich bring gleichzeitig noch ein paar Eier mit Weil hier rennen zufällig hühner rum Wenn die hier so rumrennen und ihre Eier halt so rumliegen lassen Und ich halt dran vorbeilauf Dann nehm ich sie ja mit Die ihre Eier so liegen lassen Kopf zu Das wär das Beste So, da unten liegt noch meine EP rum Aber auch nur die Hälfte Scheiße, jetzt war ich gerade in der So, hab ich alles Schleimsetzlinge, Schleimball, Schleimball, Schleimblock Bienenkönigin, Rüstung, die fasst umarschisch Läuft Feuerwaffe Spezialbogen Spezbeine verzauberte Angel Diamantspitzhacke Passt Was? Uranspitzhacke? Diamantspitzhacke Ich hab im Koran verstanden Das erinnert mich an das, was ich vor kurzem auf Facebook gesehen hab Was denn? Liebe Tschechen, wir nehmen euren Atomwild Und ihr nehmt dafür Sachsen Ah ja Ich muss grad mal die Leute aufklären, warum Waldi da jetzt nicht drüber lacht Er kommt aus Sachsen Ich komm aus Thüringen Ah, echt jetzt Na Gott, nicht mal das weiß er Ah, Thüringen, Thüringen, Sachsen ist nicht so ein großer Unterschied Wobei, ich weiß auch nicht, woher du kommst Es ist beides aus der Zone Kommt beides aus der Zone Ah je Ne, keine Witze über Ostdeutschland, das funktioniert nicht Äh, Entschuldigung, ich meine Dunkel-Deutschland Über sowas macht man heutzutage keine Witze mehr, total auf Doch, niemals, nie Das war vor 10 Jahren mal lustig Kann auch heute noch lustig sein Muss meinen richtigen Gesprächspartner haben Achso, ja, du wuschst es ja nicht Ich komm übrigens aus Baden-Württemberg, gell Okay Ganz unten Ganz unten, die unterste Stufe Ne, ne, ganz unten auf der Karte Wenn du da mal so eine Deutschlandkarte hast, dann mal ganz runter gehst Da so die Ecke französische Schweizer Grenze Da in der Gegend, da kommt wo, da wohne ich Eigentlich müsste sogar Freiburg im Atlas stehen Ich glaub, da tut es auch Ja, tut es Ich denke sowieso, dass die größte, die meisten Leute Freiburg kennen Aufgrund vom Freiburger Luschenfußball Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr Ich weiß grad gar nicht, ob die überhaupt in der ersten Bundesliga sind Schäm dich was Ne, ich bin kein Freiburg-Fan War ich noch nie Werde ich auch nie sein Auch wenn ich da grad mal fünf Kilometer von entfernt wurde Aber definitiv nicht Naja, ich kenn mich gar nicht mit Fußball aus Ich weiß nur, dass sie da mal abgestiegen sind Ich weiß nur noch nicht, ob sie zwischenzeitlich wieder aufgestiegen sind Hast du das grad gehört? Ja Das musst du unbedingt umbauen Warum? Weil ich hier wohnen möchte Das ist nicht so schlimm Das passiert nur ein einziges Mal bei Sonnenuntergang Keine Panik So, dann auf ins Bett, ne? Bist ja wieder zu Hause Ja Dass es mich runtergehauen hat Echt jetzt Ne, ich schau doch so schön runter Ah ja, da ist Wasser Da könnte ich es reinschaffen Hast du auch fett Anlauf genommen? Ja, eigentlich schon Mit Doppel-W Bei mir ist es auf Steuerung Man merkt, dass du nicht mit Minecraft aufgewachsen bist Boah, ich muss dir mal so ein schönes Spiel zeigen, was ich hab Da kannst du die Tastenbelegung nicht ändern Wie furchtbar Ja Es muss für dich doch der Kraustamm sein Schon so irgendwie Ich mach meine Taschen nämlich immer gerne so wie ich sie am besten bedienen kann So, ich nehme das Und das Und das Und das Und das Und das hinterher raus Also wenn wir jetzt noch ein paar kaputte Helme mehr haben, dann kann ich meinen Helm komplett mit kaputten Helmen reparieren Das kostet zu viel EP Lass das Du dir einen neuen craften Ja, wenn dieser hier kaputt geht, kann ich das ja machen Wo setze ich jetzt so einen Schleimbaum hin? Das Teil wächst nur auf Schleimerde Okay Dann muss ich mal ganz kurz Google befragen, wie man Schleimerde macht Kann man das sicherlich auch graften Man hätte sicher auch mitnehmen können Schleimerde, Minecraft Tinkers Construct Glaub mir, mit Schleimerde findet ihr das auch